Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Half-Life 2 Wartet, wartet! Ah! USB-Kabel ein Weg! So, jetzt hab ich mein Mikro ordentlich platziert Ähm, ok Ja Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Half-Life 2 Ähm Durchschräge Beteiligung in den Kommentaren hab ich herausgefunden, dass es euch irgendwie nicht interessiert Deswegen mach ich jetzt ein Safe-State, damit ich das in Zukunft irgendwann mal fertig machen kann Und schicken wir uns dahin Aber nein Sehen wir hier zu langsam Dann bahnen wir uns den Weg durch irgendwo hin Ich hab... So, nehm ich ganz schön lange her und demnach hab ich keine Ahnung Ich hab, wie ich lang muss Oh, wir werden schon finden Ok, hier ist schonmal falsch La 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 Ehh Mensch, typisch, Mensch Wird aufgesaugt, ok Was ist hier los da? Ich... 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 Von da bin ich anscheinend gekommen Und... Ich... 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 Wahrscheinlich muss ich dort hin Ich... 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 Fahr zur Hölle. Ja, ein Schuss nachladen, so ist das. So läuft das. Erstmal hier lang. Ey, du solltest tot sein. Mist, die explodiert einfach. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Ja, ja, ja. Bixhorst, ey. Geft, geft, geft. Ja, ja, ich mach. Oh. Oh, hallo! Grippy. Grippy ist das Ganze. Ja, ja, hallo. Bam. Ja, ja, ja. So läuft das. Ich würde sagen. Bang. Okay. Och, fick die. Toll, aber jetzt die ersten G-Granate umsonst verschwindet? Nee. Oh! Hallo, ich war doch in dem herzlichen Loch. Ganz im Ernst, das war doch nicht fair. Hup, 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 hup. Ja, ja. Auf einmal hab ich wieder volles Leben. Jetzt hört sich hier die ganzen misslichen Auer an. Wenn man diese Chip und Macht hat, ist das dann wirklich wirklich fies. Wieso geht eigentlich immer diese Schleichwege? Fangen wir gerade. Lol. Bang. Nein. Oh, hallo mein kleiner Freund. Nein. Was? Dieses dreckige Spiel. Und von wo lebt er jetzt? Keine Ahnung wo das ist. Gerade eben. Ja. Was? Was? Als ob ich so weit weg. Das ist so weit weg. Es ist so weit weg. Der hätte doch voll mal wieder fallen müssen. Wirklich. Hup, 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 hup. Jetzt komm her, du! Oh, nein! Oh! Jesus, drei, hier spielen! Oh, ich hab noch einen Gravit. Nein! Oh mein Gott! Was tue ich hier? Das ist der einzige sichere Ort in dem ganzen Spiel. Hallo? Hatsch! Nein! 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 Mann! Dieses scheiß Mist! Wihihihhhhh! WUH! Hfil zu den linken! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Was ist das? Was ist das? Ich bin schrecklich! Nein! Oh mein Gott Das ist schrecklich! Hallo? Hallo? Fuck you. Fuck you. Toll. Hab ich echt gebracht. Nein! Achtung! Wo geht's denn? Diagnostiziert! Uh! Hm. Nee, ich sollte... Warum hab ich keiner PBG? Oh, fuck dich. Ganz im Ernst. Ist auch nicht mehr lustig. Oh, cool. Ich hab keine Mischung mehr. Ist doch gute Arbeit. Oh, fuck dich. Ganz im Ernst. Hier. Und... Worum geht das? Wenn's jetzt zurückgeht. Brauche ich meine ganze Munition umsonst? Verschwendet dieses... Dreckige Spiel. Alter, das Spiel gehört verboten. Ganz im Ernst. Ich... Ich dachte... Man muss dieses Mistvieh töten. Und die Verschwendung der SME-Granaten da drin. Ja, ja, ja. Hier. Ach ja. Wie lustig. Mein Gott. Dieses dreckige, behinderte Takt-Spiel. Das gehört verbrannt. Das ist im Ernst. Oh, nein, 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 nein. Toll. Ach ja. Das kannst du gut. Ja, ja, ja. Ich glaub's hier nicht. Ich glaub's hier nicht. Oh, das... Das reicht. Ach, Spiel. Das Spiel, ey. Das gehört verboten. Gute Munition ist jetzt weg. Ja, ja, ja. Ne, 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 ne. Wer ist dieses dreckige Spiel überhaupt empfunden? Ganz im Ernst. Oh ja. Ah, f**k dich ins Knochen. Weißt du, aber jetzt ist es mir scheißegal, wie viel Leben ich durchkomme. Ja, 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 lass doch. Ach, das Ding kann ich ja nicht mehr stemmen. Schönes Spiel. Du brauchst nur umstärkliche Charaktere. Nett. Nett. Nett das Ganze. Nett ist viel Spaß. Nein, wunderbar, warum das so gut wärst du wohl? Unstärkliche Charaktere, das machen dein Spiel auf... Nein. Ach, ich wollte meine Scheiß erst in G aus wenig schießen. Blödes Drecksspiel. Oh, wie geht's? Nichts. Klar, hier. Öh, das ist auch nichts. Ja ja, töt mich doch. Schön. oh gelbmuse gefälligst ne hölle schmor wenn der an seinem scheiß Diabetes stirbt ja jubi tschüss wuhuhuhuh schuld ist mein erstes SNG-Granate so dreckig ist bin ich an das Burstspiel alter ich hab SNG-Granate da dran verschwendet wir wissen was das doch getan ist ja langsam reichst das mit top 5 episode 2 ganz im ernst ja 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 fick dich die Viecher sind eigentlich besiegbar aber nein hier gibt es unscherbliche Charaktere das ist doch viel cooler ach ja was ist jetzt ich hab keine fick die Headcrap die Headcrap hallo ich hab dich zurückge... dass dieses Spiel nicht mehr richtig funktioniert das enttäuscht mich am meisten das das kann ja auch irgendwie nicht nett sein oder? das ist ja auch ein bisschen... das ist ja nicht mehr cool denn das ist nett mehr ne? ja jetzt funktioniert es jetzt war das in der Kontrolle es funktioniert es boah das Spiegel ist einfach nur verbrannt ich spöre Dr. Freeman tief unten aktiviere ihr den Fahrstuhl damit es weiter geht geht das jetzt oder nicht?